Seht ihr heute? Heiko Stolz. Wie packe ich meinen Schlafsack ein? Ich packe meinen Schlafsack. Aggressivitätsgrad 8 von 10. Motivationspunkt 2 von 10. Runde 1. Das wird nix, das wird nix. Das wird was. Und der soll später für eure Kinder sorgen. So, jetzt steht das aus. Papi, 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 mach mal ein Stabsecherheit. Nein. Ich kann das nicht. Der fängt eine. Aufklappe. Geht zu Mama. Geht zu Mama. Aber innerhalb von 2 Sekunden. Hallo. Wie unfähig. Und dreckig Geschick jetzt auch noch ab. Scheißegal. Ich würde es auch nicht auf dem nassen Boden machen. Aber das ist ja egal. Ich würde jetzt auch schon gehen. Bis jetzt war es einfach. Jetzt kommt der schwierige Tag. Jetzt entscheidet sich. Sieg oder Niederlage. Wer hat gewonnen, Mensch hat ein Schlafsack. Stopp. Schlafsack. Im Krieg um die Feuerschaft über die Welt. Träten an. Schlafsack und Schoma. Äh, Eiko. Ja, so. Jetzt, jetzt, jetzt. Auf geht's Schlafsack. Auf geht's jetzt. Er kommt sie. Schlafsack. Hau rein. Jetzt entscheidet sich's. Jetzt hat der Mensch gewonnen. Da ist schon Platz. Jetzt hier. Ich tipp auf letzteres. Also, ich tipp drauf. Heiko, scheiß drauf. Das ist auch so eine Art Revie, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich, ne? Wollt ihr damit sein? Kalko, dem Schlafsack. Hey, Junge. Das ist eine Scheiße. Ich hab dich nicht mehr gesehen. Ja. Oh, Franko, jetzt blamier dich nicht. Gleichzeitig sagt der Schlafsack. Hey, ich war heute ein Schlau-Arzt. Der Applaus, der hat's geklappt. Wahnsinn. Juhu. Juhu. Voll die Flasche zwischen die Beine. Ja.